Ist das geil gewesen? Schaut euch das an, die von wegkommt, ihr Admet. Räumt richtig drauf, es könnte Sommer werden. Und jetzt sind wir an 3 Wochen, 30 Grad. Schaut euch das an, das Lächeln ist richtig cool. Platz unten. Das ist einfach zu. Das ist einfach Material. Und ja, qualitativ gibt es hier nichts mehr zu sagen. Das ist echt nur der Hammer. Also, es ist ein massiv cooles Boot. Ich kann nur sagen, es sieht gut aus. Farbe, auch aussen mit schwarzem Hammer. Absolut der Hammer. Wirklich cool. Auch die ganze Aussen, die Qualitativ, der Rumpf ist der Hammer. Und wenn ich soeke verarbeitet, muss ich soeke sein. Nichts rein. Ich muss man das Hammer werden. Ja. Ja.